Ich denke, ich zeige euch jetzt, wo mir das tolle Regner ist und geholfen. Im Namen von Sportfreund Peiler möchte ich danke sagen, den Ortler Jungbauern für die Nominierung. Weiters nominieren wir den SC Woll, den Sädenbacher Rösten und den SV1. Vielen Dank! Mutters Söhn Alain, ich sitz da da bis in der Frur und schaut beim Boxen zur. Weil, wann sie zwar in die Pappen hauen, stärkt esse unterdrücktes Selbstvertrauen. Die Gesichter san verschwollen und blutig rot, genussvoll beißt er in sein Schnitzelbrot. Und geht dann endlich einer in die Knie, greift er zufrieden zu sein Bier. Es lebt der Sport, er ist gesund und macht uns hart. Er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung, er ist beliebter, alt und jung. Wird ein Schiedsrichter verdroschen, steigen sie ihm ordentlich in die Goschen. Gibt's ein Mastenschlägerer, er ist immer live dabei. Denn mit seinem Colour de Fort, sieht er alles ganz genau. Weltcup-Abfahrtsläufe machen ihm ein bisschen müde, weil er ist abgebrüht. Wenn er dabei irgendwas erregt, dann nur wenn's einen ordentlich zerlegt. Und jetzt weiß ich jetzt, wir haben 48 Stunden Zeit, wir haben 8 Uhr nachgekommen. Und sonst kriegen wir auch noch ein Rampfering. Dankeschön!